Liebes Publikum, dieser District dient nur zur Unterhaltung. Martin Becker ist der Hausartal im Decker. Ja, der Becker findet sogar Meckesusen lecker. Martin Becker oder doch Artin Ecker? Ist der Hausartal im Decker? Ja, der Becker findet sogar Meckesusen lecker. Becker Schlecker, du bist kein Checker. Du sagst du hast Pech, oh Mann, werd nicht frech. Du kleiner Knecht, Professor Locke, auf deiner spitzen Nase hängt. Hoffentlich ne Socke, das ist keiner Brille-Scherz. Sie ist aus wie Dr. Doofenschmerz. Bratwirt, ja, ich hocke. Kommt sofort alle in die Rusten hocke. Martin Becker ist der Hausartal im Decker. Ja, der Becker findet sogar Meckesusen lecker. Martin Becker oder doch Artin Ecker? Ist der Hausartal im Decker? Ja, der Becker findet sogar Meckesusen lecker. Martin Becker mit deiner Hängehaut. Du warst damals so fett, man hättest nicht geglaubt. Aber heutzutage bist du der größte Lauch. Und hast nicht mehr diesen dicken Bauch. Isst mehr Kalorien, du musst durchziehen. Um wieder fett zu werden, das ist dein größtes Ziel. Du lass wie Peter Griffin, wir müssen dich hier dissen. Denn das ist die Aufgabe, wir müssen dich vernichten. Martin Becker ist der Hausartal im Decker. Ja, der Becker findet sogar Meckesusen lecker. Martin Becker oder doch Artin Ecker? Ist der Hausartal im Decker? Ja, der Becker findet sogar Meckesusen lecker.